Hier sehen Sie gerade Meister Jode eine Treppe hochlatschen. Da hinten kommt Darth Maul und er greift ein. Joda, ich seh dich, du Arsch, ich komme nicht an. Joda, ich seh dich, du Arsch, ich komme nicht an. Joda, ich seh dich, deine Macht kann mir nicht an. Deine Macht kann mir nicht an. Joda versucht, die Macht anzusetzen, er ist aber zu schwach. Jetzt kommt es zum Krampf. Meister Jode und ein nacktes Wacka Wacka gegen Savage Opress. Joda, das sieht schwer aus. Ah, die Biese! Bei mir wird's mit dem Mund kommen. Hier sehen Sie ein totes Wacka Wacka. Wacka Wacka Wacka. Und hier kämpft Rade, Darth Sidious gegen, äh, ein, äh, äh, Schwer, du Pöller. Du bist ein Doppel-Meister Jode. Ja, genau. JAAAAUH! Da kommt der Wacka Wacka und schreit, ich seh die jetzt. Da kommt euer Wacka Wacka. Die Wacka Wacka sind zu viele. Fotosynthese. 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 Wacka Wacka Wacka. Da liegt ein weiteres totes Wacka Wacka. Steh wieder auf! Ja, du Pöller! War egal! Wir gehen tot! Ah! Ah! Wacka Wacka Wacka! Der Pöller ist tot, oder? Strahlenhut! Strahlenhut! So, das war das Ende von der vierten Folge Star Wars. Ah! Strahlenhut!